Ploppen war gestern. Prömpeln ist heute. Herzlich Willkommen bei den Prömpel Championships für Flensburg Berlin. Tritt an Schauspieler Jens Münchow, Astrid für Hamburg und ich natürlich für Bayern. Wie geht das ganze Spiel? Das muss exakt so landen hier. Nur das zählt Jens. Astrid? Alle bereit? An die Prömpel, fertig, los! Hamburg hat gewonnen.